Zockermorde Düb 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 und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast 2 Folge 6 Es geht weiter, wir haben den Generator eingeschaltet Der ist verdammt laut gerade Aber naja, wir müssen uns hier irgendwie rausschleichen Jetzt frag mir Was ich das machen soll Wo kommt es her? Keine Ahnung, wir gucken mal Da unten stand einer und der hab ich einfach mal vorbeigelatscht Und dann gab es irgendwie hart auf der Fresse Gehen wir mal durch, hart dunkel hier, hart dunkel Leute Da ist er Ist ok Gute Frau, ich geh einfach mal vorbei Ja, hallo Ja, erzähl weiter Das ist ganz wichtig, was du hier erzählst Ok Knot ist hart behindert Und ich komm jetzt hier nicht raus, glaub ich Das war äh Genau, von innen wieder verriegelt Der blöde, blöde Armada Lass sie labern Da ist ok Folgendes, wir gehen jetzt hier nochmal rein Oh, ist auch zu Oh, ist auch zu Die Oma sagt nein Oh, hier können wir uns Mal gucken, wir müssen sich hier hart verstecken Aber das glaub ich gar nicht so Oh Oh, da geht ab Huch Ich will nicht runter Da waren wir schon War hier nicht irgendwas zu... Ich weiß es nicht mehr, scheiße Alles zu jetzt Boah, wir sind ja so abgehauen, Alter Huch, hallo Oh, die verrückte Alte Rein da, Alter Oh, bleib hier Und das Problem ist Da ist er Da ist er Ja, herr, wie ein Schwein Ich weiß es nicht, ich kann nicht rauslooken Ja, ja, la, 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 la Freck, hier nicht so unter Wasser, Alter Kann er da Kann er da Scheiße Sie gibt mir Ich halte hier gar nichts jetzt Ich verpiss mich Direkt ein Weg Direkt ein Weg Oh, 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 oh Oh, 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 oh Und tschüss, Alter Und tschüss, ey Hu, hu, hu Ich hoffe, die sind mal weg jetzt Also das Verstecken ist ja der Oberhammer, aber man versteckt sich und bringt einfach mal gar nichts Bleibt da so lange drinnen, bis ich selbst fast, äh, hier, äh, keine Luft mehr kriege und verrecke Da gleich mal ich anlassen Halt, aus Gut Oh, Alter Ah, ha, ha, ha Macht mich irre Oh, da wieder was, ey, du lesen hier, Leute Wollen wir mal nehmen Jo, da wollen wir mal lesen die ganze Geschichte Christine Die Gartennotiz Alter, da haben wir uns richtig, äh, ein paar Sachen nicht gesehen Schade Christine Bevor du überall danach suchst, oder mich anschreist, weil du glaubst, dass ich es verloren habe Ich habe das Grape-Aid rüber zur Kapelle gebracht Paul sagte, Papa wollte dort etwas feiern Ich weiß, dass wir nichts besseres haben, um den Geschmack im Wasser zu überdecken Aber die Leute werden sich damit zufrieden gehen müssen Gib ihnen nichts vom Sakrament, das brauchen wir für den Gottesdienst Ich schätze, wir werden es bis zur nächsten Lieferung ohne Grape-Aid aushalten Make it Okay Make it Also, die werden hier, die strecken hier, äh, ekliges Kackwasser Mit Grape-Aid, was auch immer das sein soll Können wir hier ein bisschen lauschen Soll ich hier wen hören Okay, hier scheint zumindest keiner zu sein Ich kann hier noch schmacken ganz Ich kann hier noch schmacken ganz Was? Was ist hier? Ich schimpfe den Kack-Leuten nicht hier bitte Oh, jetzt höre ich es erst Und hier alles einfach mal verrammelt ist Ich komm ja gar nicht ganz wo rein Oh, der ist schon ein bisschen länger tot, guck mal der ist schon grau, oder? Oh, nein, wir kriegen ja was auf Oh, hier ist ein richtig irre alt unterwegs, glaub ich Was ist das immer? Hallo? Ne Kann ich hart vergessen, aber da kommen wir nicht lang, Leute, da kommen wir einfach mal nicht lang Ich muss schon sagen, also bis jetzt so ein kleines Resümee vielleicht, äh Also der erste Teil und Wüste Blower haben mir bis jetzt schon besser gefallen Obwohl das hier auch ziemlich geil aufgemacht ist Aber irgendwie war das irgendwie besser Ich geh auch hier halt lang, 2 MP Ein Goldkehlchen hier Muss man da lang, wa? Haben wir es hier schon probiert? Wir probieren es mal Das ist nix Kommt das her? Ach, das ist hier Wir, äh, äh, Laussprecher hier Guck mal, ob wir hier lang kommen Dass hier auch was liegen Oh, was machen wir das hier? Eine Batterie Nehmen wir noch mit, ist doch klar Danke Da noch was liegen? Ah, Taschenlampe, okay Okay, das ist hart verrammelt Ja, wo muss ich denn lang jetzt, hallo? Muss ich irgendwo krabbeln? Hallo In dem Grund vielleicht Woah, woah, woah Ich kann mich noch zurückgucken, oder? Ich muss die Batterie anlassen. Warte mal, ich habe doch... Das eine Mal habe ich doch festgepackt, sogar in so einem Ding hier. Juhu! Ich komme wieder in der Schule. Ja? Ja, er kommt. Inri, meine Freunde, Inri! Das ist nochmal krass, dass man das so nicht so ganz rund hinkriegt, ne? Bist du der Monopoly, Mann? Ich will hier einfach nicht rausgehen, Leute. Ich will hier einfach nicht rausgehen, Leute. Ich brauche auch nicht rausgehen. Ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht was Feines hier? Ja, haha. Ah. Ja, katholische Schule, ja. Was würde Jesus tun? Stellt euch die Frage, what would Jesus do? Aha, Kanada. Jawohl, Mexiko. Hm, hm. Germany. Schon krass, ne? Wie groß. United States. Und dann gleich ist Germany. Mother Russia. Ist auch da. So, dann probieren wir es mal hier. Ja, aber klar. Ist ja dunkel, ne? Da kommen wir auch raus, okay. Okay, okay. Wegen Ernst. Einmal mal verstecken. Gucken wir mal, es notwendig ist, sich hier zu verstecken. Das war immer ganz creepy hier, das weiß ich noch. Ich muss ruhiger werden hier, Leute. Ruhiger werden. Ohohohoho. Ja? Was? Hey, Lynn. Ihr ist langweilig. Ah, ist hart. Na ja, wir haben ja erst was gefunden. Oh, aufheben. Das ist was Jessicas. Mal gucken, was rauskommt. Na ja, und nun? Ja, und nun? Hier neben. Okay, wir haben, äh, kein Platz mehr. Nee, halt der Maul, Alter. Ja, und nun? Kann ja nur zurück. Ich muss mich hier gleich verstecken, ey. Alles nicht lang, okay. Hier wieder rein. Hä? Da muss ich übersehen. Ach, was? Wahrscheinlich kann ich damit überhaupt nichts machen. Ja, ja. Was soll ich hier machen jetzt? Kann ich das mal machen? Blockiert. Äh, nur Fake. Oh! Oh, ist offen. Oh. Ah, Scheiße, ist drauf. Da renne ich nicht hinterher. Ich gucke hier erst mal. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Auch wegen... Äh, uh, uh, uh. Wegen Batterien, ne? Na los, wo ist schon mal raus? Und... Oh, Alter. Das checken wir erst mal. Wir müssen reinzoomen. Alles klar. Oh, Gott. Yes. Ja, ja, ich hab... Da haben wir doch schon alles gesehen. Oh, Mida, guck mal. Kleine Ficker da oben. Was ist das? Fuck. Fuck. Scheiße, was stimmt mit dir nicht? Ja. Oh, Alter, Alter. Oh, Alter. So, ich würde sagen, äh... Äh, Abflug? Ich will das haben. Take it. Oh, Alter. Idiot. Oh, Alter. Oh, der gibt mir, der gibt mir. Das war's gleich. Ja. Ich hab schon wieder Panik. Ja, ja. Alter, war's. Ende. Alles vorbei. Okay, da wollen wir nochmal Fahr rein Rüber Jajaja, du F***er Los, 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 los Wir wollen nochmal zurückgucken, wir wollen zurückgucken Ist er gerade rein? Hallo Achso Ist das stressig, Leute, ist das stressig gerade Oh, da kommt er, da kommt er Ah, hau ab Nur bekloppte hier Wo muss ich hin? Dahin Ist offen jetzt Ach, Pissi Ach, wo muss ich lachen? Ich weiß nicht, wo ich lachen muss Die kassieren mich hier Alle haben wir kassiert Alter, haben wir kassiert Okay, nochmal Nein Bleib rein So, jetzt renne, Alter Rennen was das Zeug hält Ja, das ist ja nervig hier Alter, weiter Wenn ich nicht weiß, wo ich lachen muss Was, was? Nee Sag mal zu Gleich weiter Gleich weiter Komm Beeil dich, Mann Beeil dich Kannst du auch Schneller Oh Ja, ja Gleich raus da Der kommt nämlich hinter und her Das ist nicht cool Dann müssen wir hier ja checken, Alter Ich hab keine Ahnung Da ist eine Tür offen Dann gehen wir rein Gleich rüber Boah Hier Das ist ein Scheiß Kacklappen Ich bin ja auch ein Kinderzimmer Okay Lachen wir mal ruhig Aber erst mal sammeln jetzt So, Leute An dieser Stelle würde ich sagen Vielen Dank fürs Einschalten Wir sehen uns dann nächstes Mal Wie es hier weitergeht Eure Zockermale Ah, ist das heftig